Es ist eine Scheine gewesen, der hat von früh an darunter gelitten, dass sie in die anderen Gänge ausgelachert haben. Am Anfang hat er gerennt, hat sich miteinander gestritten, es tut es nicht, das ist ja nur was sie wollen. Wenn es Menge traurig macht, wo die Leute sich lustig drüber machen, es hat selten einen lustig gemacht wie der. Er hat sich gesagt, noch gut, wenn ihr so gerne an mir lacht, ich will ihnen jetzt einen Grund zum Lachen geben. Und er ist hergegangen und hat anfangen Witze reissen, dass die Leute sich jetzt in Büch vor Lachen gehabt haben. Hat Witze gemacht, die kutzeln und Witze gemacht, die beissen und hat keine Antwort, ohne Antwort gelassen. Und in dem grossen Glächter, den es gab, ab seinen Witzen, ist ihn aus dem Lachen kein Sinn mehr gekommen. Da hat er all die Lacher in dem Glächter inne sitzen und hat sich immer traurig das Leben genommen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020